Ich bin Tom von ein und sitze hier mit Hans-Ruedi. Erzähl mir doch, was deine Firma macht. Meine Firma heisst Schwarz-Half-Weiss AG Media Services. Die Firma ist Kundin von der Firma Nine Internet Solutions AG. Es geht aber nicht um diese Firma. Es geht um unsere Mission, die heisst Umweltdorf Schweiz. Cool. Was macht ihr genau mit Umweltdorf? Ich liebe immer das Wort «genau». Das wissen wir nicht, was wir genau machen. Ihr habt eine Plattform. Ich habe mich dort registriert. Ich habe gesehen, dass es um Coworking geht. Es steht etwas von Klimawandel und Umwelt. Ja, es geht um Coworking und zwar um virtuelle Zusammenarbeit. Also nicht Regus, WeWork. Bürozüri usw. Nein, es geht um einen virtuellen Raum, in dem wir zusammenarbeiten können. Im Zusammenhang mit dieser Mission. Es geht uns auch nicht primär um den Klimawandel. Es geht uns auch nicht darum, das beliebte Thema nach Bern zu delegieren. Es geht uns darum, diese Umwelt zu gestalten. Auch nicht die Zukunft zu gestalten. Die Zukunft kommt und ist dann, wie sie ist. Wir wollen eine lebenswerte Umwelt gestalten. Und weil wir im Jahr 2020 sind, machen wir das auf Basis der Möglichkeiten, die wir heute an der Digitalisierung haben. Das heisst, ihr nutzt die Digitalisierung, damit wir die Umwelt schonen können, indem man weniger reist und virtuell zusammenarbeiten kann? Zum Beispiel. Das ist eine praktische Anwendung. Genau. Es geht uns aber auch einfach darum, jeden Einzelnen zu befähigen. Zum Beispiel darüber, dass wir in Zukunft Kürse anbieten wollen. Oder wir wollen in Zukunft auf Basis von Nein-Technologie Podcasts anbieten. Okay. Weil die Leute häufig ja nicht mehr wollen können, Zeit zu lesen. Okay. Das Stichwort Technologie bringt mich zum Thema Produkte, das wir von Nein haben. Kannst du mir vielleicht sagen, warum wir den Managed Server bei Nein genommen haben? Wir haben das früher im Technopark während rund 15 Jahre selber gemacht auf Basis von Silicon Graphics Computer. Die kennt man noch dank Toy Story. Oder man kennt sie eben nicht mehr, weil es die Firma nicht mehr gibt. Die ist später gekauft worden von HP, High Performance Bereich. Wir arbeiten heute mit Nein, weil wir im Cloud-Zeitalter sind. Wir sind gottenfroh, dass wir das outsourced haben. Dass wir mit Leuten arbeiten, die einerseits kompetent sind und andererseits sehr, sehr menschlich mit uns kommunizieren. Das freut mich natürlich zu hören. Danke vielmals für deine Zeit. Bitte Tom, danke dir. Danke. 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 Danke.